Hallo und herzlich willkommen zurück. Birke. So, da war aber noch etwas. Es wird schon wieder dunkel wie immer. Zunächst neu ist, dass es dunkel wird. So, ein bisschen Birke haben wir jetzt. Dann können wir auch lieber was schaffen. Nachdem wir zu weit gegangen sind. Mehr oder minder. So, muss erstmal wieder reinkommen hier. So. Ah, wird schon cool hier. Jetzt was langsam Form annimmt. So. Es ist ja dunkel. Haben wir Siegel im Mund? Sieht fast aus, ne? Cool. So, ich habe eigentlich keine so großen Themen, die ich machen kann. Obwohl, doch, ich könnte es eigentlich sagen. Oder auch nicht. So. Alter, ist das laut. Ah, mehr Birken. Wir müssen auf jeden Fall mehr Birken hier in der Umgebung haben. Boah. Das gegen kann ich gar nicht anreden. Das ist viel zu laut. Ich spreng da meinen Kopf aber weg. Das war mit. eine du du der dem du du So, zack, zack. Ja, sieht gut aus. Die lili 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 lili. Die lili lili lili. Die lili lili lili. Ach, das ist ja schick aus Bald, das ist laut, ey. Okay. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt die Musik immer leise machen, weil ich bin ja mittlerweile berüchtigt dafür, dass man Musik leise macht. So, auch hier ist noch mehr Holz, na super. Oh, das ist wesentlich angenehmer. Ja, hier wird so ein Wartungszimmer, dann würde ich hier mal einen Ofen machen. Was auch so sehr gut ist unter dem Holz. Was aber keine schlechte Idee ist, wenn ich das hier so feststelle. Ich suche gerade einen Ort für einen Crafting Table, ich packe ihn mal da hin. Denn ich brauche noch mehr Truhen dafür. Eine Truhe, also so eine Doppeltruhe brauche ich noch, damit er das Zeug einmal umlagern kann. So, und dann mache ich noch mal ein paar Oefen. So. Dopp. Näh. Dopp. Und. Ja. Dopp. Können auch die ganze Wand danach machen, ne? Boah, jetzt habe ich eine geile Idee. Warte mal. So. Jetzt bring noch den Ofen. Dum, 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 dum. Zack. So. Oh, sieht auch gut aus. So. Alles zeige ich jetzt mal hier rein. Okay. Oha. Titt, 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 titt. Ich muss das echt auf mein Ohr leise machen, weil vorher ist es laut genug, für mich ist es zu laut. So. Aber jetzt geht's mittlerweile. Wir haben natürlich extrem viel Zeug dabei. So, zack, zack, das können wir so lassen, denke ich, das sieht ganz gut aus, das Fenster ist hauptsache frei. Dann haben wir hier so eine richtig gute Workstation, wo wir so Sachen machen oder so, dann machen wir da hinten noch so ein Ambiente aus ... Ah, verdammt. Sollen wir mal wieder in der Küche hin ... Lalalalalalalala, wir gehen nochmal an den Tisch. Ich wollte die Stöcker ... Ne, freu'n nicht. Ich wollte die Stöcker ... Ne, freu'n nicht. Da, da sind die, die für euch ... Quasi den Tisch craften ... Glaub' nicht, ne? Ne. Wir haben hier mal ne Idee, wie man das macht. So, packen wir denn hier so in die Ecke oder da? Würde ich sagen hier, ne? Genau. So, dann haben wir hier überdimensionieren großen Tisch. Ich glaube, das ist das Falsche. Das soll eigentlich nicht ... Ja, so, sehr gut. Haben wir hier den Tisch. So, und dann weiß ich, was ich noch haben möchte. Eine Tür für Essen auf jeden Fall. Da ist auch ne kleine. Einen Ofen. Komm, komm, komm. So. Und eine Wegpunk. Und unter beschaulichen Klängen geht die Sonne unter. So, Küche fertig. Könnte noch ... Hier, guck mal, ich hab hier noch eine Vase mit Licht. Wie sieht's noch ... Hallo? Sieht noch ein bisschen schicker aus. So. Wie ... Äh, wie ... Oh, ja. Ich brauche Wolle. Denn hier machen wir auf jeden Fall Dingens. So. So, da haben wir hier einen schönen Sessel zum Sitzen. Aus Holz. Gibt ja nichts anderes. Jetzt kann ich die Musik wieder lauter machen, weil sie so leise ist. Ich glaube, wir können auch direkt ... Genau. So, das war das Versuch. Jetzt hab ich den Mausfokus nicht verloren. Okay. Das, was ich sonst normalerweise immer schaffe. Jetzt reicht auch mehr Lauerwelle an. Oh, Alter, ist das wie Eichenholz. Ug-mm, du-du-du-du-d hosting. Dün-dün. Dü-dü-di-düm. Lゃ-la. Eichenholz. Dü-dü-dü-dü-dü. Lalla, lalla. Zag ich doch. Ich habe irgendwie kein Thema, was ich ansprechen könnte Aber vielleicht für die nächste Folge Da denke ich mal, fällt mir sicher was ein Hoch Da war die Axt kaputt Das Birkenholtz wird übrigens für später noch sehr interessant Wenn ich nämlich andere Sachen mache Die können nämlich im gleichen Schirm abgebaut werden Und wenn ihr eine Idee habt, welches Texturenpaket man sonst noch nutzen könnte Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare Dann werde ich danach suchen und das austesten Aber wenn ihr das schreibt, dann habe ich es bestimmt schon wieder vergessen Weil diese Folge erst in drei Wochen kommt Ole, ole Ich nehme ja sehr voraus, auch weil Minecraft ja nur alle zwei Tage kommt Wenn ich, und weil ich so viele LPs habe, laufen Es ist immer etwas schwierig zu handeln So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge Suchen wir uns mal einen Ort aus, wo wir dann Die Schafe, die Schafshelder parken Genau, genau das machen wir Danke fürs Zusehen und bis dann Tschüss Herr Untertitelung des ZDF, 2020